Denn wir sind nun bei Elimination, äh Quatsch, bei No Way Out, sorry. Oh dear. Oh, was big show, who succumbed to a mic check to lose his title. Ooh. Ah. Ah, was General Manager. Big Show hat entschieden, dass er seine Re-Match-Clause heute Abend gemacht hat. Also, dass du mit einem 7-Foot-Tall-Giante bist. Er ist schrecklich. Ich provee das, während du weg bist, zu spielen. Und ich denke, dass ich das Re-Match für heute Abend sein werde. Wer sagt? Das ist die andere Nachrichten. Ich bin der Interim General Manager. Ich bin immer noch für die gute Nachrichten. Das ist alles gute Nachrichten. Für mich. Und all bad news for you. See you out there, Champ. Ei, 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 Mr. Kennedy. Das ist natürlich nicht so schön. Oh je. Da, Mr. Kennedy. Was du? Natürlich ein special. I want Kennedy to stay champ. But I also want to punish him. The best thing to do would be to let Big Show beat on him for a while. Then take out both of them and drag Kennedy on top of Big Show for the free camp. Okay. Mal sehen, wie es funktionieren wird. Aber... Naja. Okay. So. Gut. 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 Naja. Wir sind im Championship Match. Und ja. So. Und da ist der Irish Whip. Gut. Jawoll. So geht das. Gut. Holen wir mal einen Sledgehammer. So geht das nicht. Hallo? Gut. Jawoll. So geht das. So geht das. Hallo? so und jetzt wird in was ein schöner move von edge gut so oh yeah it's oh yeah so so oh yeah it's within und ja schön so okay so so big show ist weiterhin am fertig machen so so und jetzt geh weg so gut schon mal die grad den titel weil der wird bei mir sein hier so gut okay das war ein komischer schlag aber egal so und execution so 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 ich mache beide fertig so so jawohl so geht jetzt machen wir ein paar dritte also so wie ich es gemerkt habe ist wirklich edge der heal kill und kennedy der face so so gut gut naja so 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 ja jawohl 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 so ich mache nochmal ein execution so und execution so 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 jetzt müsste es klappen sehr schön gut gut 3 jawohl kennedy ist still champion jawohl es hat gut geklappt es hat gut geklappt es hat gut geklappt genau so ist es jem ross genauso ist es jem ross dass wir bei smgdown wenn wir uns weiterhin sehen genau und wir haben uns den locker-room brawl freigeschaltet einige kämpfe sind nicht mehr sind nicht nur für den ring bestimmt jetzt kannst du auch dampf in der umkleider ablassen das ist schön 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 Vielen Dank.